ja ich habe leider keinen erfolg als auto verkaufe werde ich entlassen oder ja leute willkommen zurück bei red talks für unsere kleine projekt car trader neue folge und jetzt wir sind zurück mit dem spiel die mission ist so dass ich muss warten aber sie sehen auch da ist blau und rote punkt das ist die polizist die sucht nach diesem fahrzeug was ich habe jetzt gekauft bei dieser frau am anfang pola ja super sache oder man kauft ein fahrzeug und ja da kriegt man bestimmt ärger dazu aber gut wer weiß man könnte auch viel geld gewinnen dabei das geht einfach auch keine verlust normalerweise aber wie gesagt aber wie gesagt das sollte auch einfach schauen okay da wenn wir auch ein paar finanzberater farbe rot hallo wir haben neue schrott okay und da haben wir auch immer noch die gleiche kundschaft die suchen coupé hybrid deutsche woge deutsche woge ja die entwickler haben sich auch einfach gut name gedachte und ja okay muss man auch so lassen ich sage nichts dazu so aber was mich interessiert jetzt ist auch übrig unser fahrzeug ist immer noch nicht reparieren ja es wird bestimmt dauert bis dass er wird repariert aber ich frage mich was der braucht für teil gut angebot über das fahrzeug habe ich einige behalten gehalten so da war 6000 noch einmal 366 aber das habe ich total abgelehnt weil das fahrzeug ist dort trotzdem 9632 dollar wert da mache ich einfach keine geschäfte und das fahrzeug ja ich könnte für den moment noch nicht mal verkaufen aber jetzt sie sehen auch dass die polizisten sucht überall aber da werden sie auch nicht mal finden diese maserati oder muserati muserati aber ich hoffe dass die werden einfach auch die geschwindigkeit tempo von dem spiel erweitert weil für den moment sie sehen auch man hat nur die play button und wenn spiel vorsprung ja das geht einfach nicht in dem moment so aber wie gesagt in information ich muss einige zeit erwarten ja okay weil die polizei ist immer noch da okay und das ist mit meinem fahrzeug hierher der lucas boer der arbeit sehr langsam dem ordre war einfach stelle aber ich habe auch vielleicht fallen ja ich könnte ihm nicht fallen okay fallen okay bringt auch nichts das training lassen sie mitarbeiter hier und helfen sie bei der beförderung die belohnung kostet 5000 da gewinne ich auch kein geld dabei so und auktion da startet auch keine mehr für den moment ich weiß auch nicht warum aktive kommende ich könnte mal auch kann auktion start vor okay jetzt ist geduld gefragen gut ich gehe raus mit meiner person mit meiner personlichkeit mit meiner personlichkeit ja aber das hilft auch nicht dass es braucht noch so lange zeit gut das ist auch viel kaputt das muss ich auch zu geben aber ich könnte leider nur an mechaniker dran lassen und dann macht er die ganze arbeit aber das ist nur alles irre er musste auch repariert werden hinterher hinterher stoßtank hinterher hinterher recht licht hinterher rechtes scheibe ja gut aber da passiert auch nicht so viel für den moment der verkauf dauert ja der verkauf dauert aber wir sehen auch einfach keine keine erfolge für den moment so und hierher die polizisten machen auch keine bewegung mehr ah jetzt neue euro ein tage ein neuer cent alle ausgaben okay uje langsam werde ich auch gehe ich im minus gut ich könnte da lehnen machen da allein 5.000 und 10.000 für sieben minuten bank darlehen für 21 minuten oder stunde aber das ist für sieben stunden ich weiß es nicht an darlin kommt nicht in frage für den moment das wird mal erstmal im moment hallo wir haben neue schrott ok ja gut schrott das wäre auch vielleicht auch die möglichkeit gewesen wenn ich werde auch einfach das schrott abschleppt transport gekauft habe aber das habe ich auch nicht gemacht ok aber was ist mit meinem angebot da will keinem mein fahrzeug kaufen ausgestellt ihr angebot ja und dann verkauf ich ja wenn die genaale so niedrig mit dem preis dann mache ich 9000 zu ja jetzt gehe ich runter mit dem preis wieder schrieb mal ein angebot ich sehe sie sehen das passiert auch für den moment nicht so viel am anfang das war relativ viel aber jetzt gerade mal warte und ich bin auch bald im minus ob das wäre die letzte folge wird weiß ich nicht das ist schon die dritte folge und ja ja also sie sehen auch das spiel hat ich denke auch nicht dass er werde auch interessant sein für sehr viele leute aber gut man könnte auch sicher das anschauen und noch selbst seine meinung aussehen und sagen ok ich habe interesse oder nicht aber ich denke da müssen die auch einfach viel verbesserung bringen erstmal mit zeit vorspielen weil da ist nicht die funktion da da haben sie nur apply und pause und jetzt ja die ganze polizist sucht nach etwas und ja es passiert auch nicht so der spiel neue lade und ja weil das ist ein early access wie gesagt es gibt wahrscheinlich noch ein paar sache die müssen auch verbessern also wieso jetzt seit ein folge habe ich das auftrage gemacht für das fahrzeug zu reparieren und ja es passiert nicht etwas das alle wirst luft der eine dem andere war der war der stelle so lukas bauer ja evans kober und ich kann auch nicht sagen ob zwei mechaniker dazu geben reparier alles ja das habe ich gemacht aber es passiert auch nicht etwas so langsam werde ich auch kein geld mehr so in drei minuten soll das drei minuten oder drei monaten es kann sein dass in drei monaten oder drei minuten oder drei minuten je nachdem was ist das ein jeep ok wow aber voll kaputt die jeep ok 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 aber das passiert auch nicht so viel da werde ich sagen ich drück mal pause und ich lad noch einmal der spiel weil vielleicht passiert etwas bleib sie dran bis jetzt gleich bis gleich ja jetzt es war ein cut ich muss sagen da ist nicht so viel passiert aber ich habe trotzdem zwei nachricht wieder im moment hallo wir haben ok das ist immer dasselbe tippkarski suw marke kim ok was ist mit meinem anruf ok immer das gleich ok gut es passiert für die moment nicht so viel ich sollte ziel ich muss einige zeit warten aber ich weiß auch nicht wie lange müssen wir warten und das ist mit unserem fahrzeug ja immer noch neun prozent und ich habe auch überhaupt keine kontakt mehr für das fahrzeug was ich habe gekauft diese sind sie mal scharpe 3 da hat sich für den moment keiner sich gewählt gut da haben wir auch ein neues Angebot die mustang ist leider weg ja da wollte ich auch die mustang kaufen aber ja da war ich zu spät da ist übrig noch eins aber kostet auch einfach wieder viel geld und verkauft aufgestellt ja ich könnte sie auch nicht einfach verkauft ja jetzt sind überall polizist ich weiß auch nicht soll ich jetzt auch fahren bis drüber ich habe auch keine ahnung fall 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 ja ja oh gehen wir hier vielleicht muss ich zum polizist gehen ja nein nein passiert auch nicht etwas ja die polizei ist aktiv aber ich weiß nicht für was ich könnte euch nicht so sagen was sollte noch passieren war in dem spiel ich muss einige zeit warten ja aber ich könnte noch nicht mal die zeit verspielen wie gesagt das gibt nur pause und pleie mehr ist das auch nicht verfügbar aber wie gesagt der spiel ist einfach ich glaube nicht dass es ein großer erfolg werde für viele leute so für mich selber nicht jetzt gerade dass ich spiel die kampagne vielleicht ist interessant diese spiel ohne missionen vielleicht das ist auch das beste aber 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 jetzt neue wo okay alle ausgaben da bin ich pleit oder noch nicht noch nicht ich bin noch nicht so pleit aber nachste wo bin ich pleit lexikon 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 so moment ben lexikon ja nach nicht Okay, mit Darlehen, das könnt ihr mal sehen. Ich call mit euch durch, was man auch einmal erfahren kann von dem Spiel. Okay. 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 Sie sehen auch, dass die Schrottplatz könnte auch einfach die Ruf beschädigen. Okay. 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 Und das andere Fahrzeug sowieso. der verkauf dauert ja erstmal ich habe keine kundschaft ich bin auch nicht mal bekannt und die poliziere ich habe auch keine ahnung was das soll dann war die kreis auch sowieso kreise was ist das kreis überhaupt mission trainings hat rum doch sammler das sind die sammler was borte aha okay dass ihr die sammler das muss man auch achten erworben für 46.000 okay starken der reputation erfahrungs booster moment mal das heißt ich muss fahren über die ganze punkte weil das sind irgendwie sammlung punkt oder ansehen ok ok jetzt ich habe was auch jetzt erfahren was holt dies die ganze sachen aber recht mäßigkeit ok ja was soll doch spiel mit dem das charakter ok das war das habe ich auch nicht ok jetzt alle ausgaben ok jetzt bin ich im minus jetzt bin ich im minus hallo hallo wir haben schrott ja gut aber ich habe jetzt keine angebot für meine fahrzeug aber das ist grausam ok erfahrungs booster ok erfahrungs booster ok das sollte ich auch vielleicht erfahrungs booster erstmal ist der müde oder was ist los jetzt fahrt er nicht mehr ja das passiert eh nicht die rehen ja was ist los jetzt ich bewege mich nicht mehr ok ok ich bewege mich gar nicht mehr ja da oder soll ich meine fahrer einfach fliebwanger ja gut wissen sie was ihr wer das spiel am ende bei mir es war die drei folge drei folge war das gewesen mehr könnte ich euch nicht bieten oder falls das etwas noch dazu kommt im zukunft vielleicht noch einmal versuch aber für die moment ich sage euch ich habe drei folge gedreht und es war es für mich auch ich hoffe sie habe noch spaß trotzdem gehabt sie haben auch etwas gesehen das ist auch nicht für alle das ist klar etwas mit adress das ist klar ich glaube das viele leute werden auch bestimmt sagen nein das spiel ist auch nicht für uns aber ich wünsche euch was bleibt sie gesund wir sehen uns und sowieso es gibt immer noch was zu sehen auf meinem kanal bleibt sie dran ciao macht's gut und 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 mit mit